Aber bitte, mach einfach. Mach doch, was du denkst. Ich bin in Ruhe. Ich hab euch nichts getan. Wow. Na. Es hilft, wenn du... Alter. Ach, da willst du lang. Sag das doch. Ich möchte nicht hier sein, wenn dieser Teil der Brücke einstürzt. Vielleicht sollte ich oben umgehen. Piss dich einfach mal. Wenn du nicht hier sein willst. Ich weiß auch nicht, was du immer machst. Warum du unbedingt hier lang musst, angeblich das Taxi. Ah. Für Vorsicht ist keine Zeit. Ich muss mich beeilen. Na, ich wünsch dir ja, du würdest dich beeilen. Aber wo lang muss ich? Hier lang. Das ist die Super-Action hier. Wo müssen wir hin? Da lang. Nee, da. Okay. Ich muss über einiges nachdenken. Ich muss über einiges machen. Das ist mir kackegal. Fertig. Nee, bloß nicht erneut spielen. Sonst kriegst du eine Krise. So, jetzt darf ich wieder hier hin und muss dann wieder von vorne anfangen. Wie lang denn noch? Ich würde jetzt... Also eigentlich habe ich mir vorgenommen, so lange zu spielen, bis ich fertig bin. Das Problem ist nur, dass mein Computer so laut ist. Also theoretisch stört sie nicht, mal abgesehen davon, dass er so heiß ist, dass ich was drauf braten könnte. Aber ich glaube, ich mache ja erstmal eine Pause. Auch wenn das zeitlich nicht so ganz hin. Von wegen Pause. Rupf dir raus! Etwas in dir ist anders, Kind der Schatten. Die Balance der Urkraft ist weg. Sie hat mit dir gesprochen, doch du hast nicht zugehört. Du meinst Aaron. Der Unfall erfüllte sie nicht nur mit Urkraft, sondern mit der Stadt selbst. Stirbt sie, solange die Urkraft in ihr ist. Stirbt auch die Stadt. Sie wird vergehen, als hätte sie nie existiert. Der Baron dachte, mit allen Teilen kann er ihr die Urkraft entreißen. Mit allen Teilen, ja. Und du hast das Fehlende gesehen. Denk nach. Orion. Du musst in die Kathedrale. Sobald du Orion, das fehlende Teil, gestohlen hast, musst du Aaron von der Urkraft befreien. Ohne sie zu töten. Deine Stadt braucht dich, Gerrit. Ich bin kein Heiland. Diese Stadt und ihre Bewohner machen dich aus, Gerrit. Um allein zu sein, brauchst du etwas, das du meiden kannst. Was soll ich denn noch alles machen? Kinder retten? Dachlose füttern? Was ist denn das hier? Und ich verstehe das auch nie, was sie mit ihrer Kackstadt haben. Ich meine, ist ja nicht so, dass die Stadt lebt oder sowas. Also ich komme da nie so mit. Also die Story ist mir so ein bisschen Spinnweben. Naja, jedenfalls. Naja. Naja. Ne? Whatever. Das Problem ist, wenn ich jetzt aufhöre, dann fehlt mir zu viel... Ach, ich mache jetzt einfach noch die letzten paar Minuten. Kack drauf. Muss halt mein Computer damit leben. Muss halt meine Füße ein bisschen wärmen. Ne, mache ich lieber. Ne, sonst verbrenne ich mich. Ne, so heiß ist es nicht. Aber es ist warm genug. Vielleicht komme ich jetzt noch mal zu dem Händler. Das wäre ganz cool. Wenn ich den finden sollte. Weil dann würde ich mir noch mal so Brandbomben und sowas holen. Das würde mir wahrscheinlich... Das würde mir wahrscheinlich... What ever. Jetzt muss ich da hinlangen, oder was? Okay. Die Stadt verändert sich. Das ist ganz toll. Kann ich hier eigentlich runterfallen? Ich habe keine Ahnung, ob ich würde gerne hier so lang. Danke. Komm ich hier irgendwie runter? Ja, ich komme runter. Wenn ich... Okay. Willst du mich verarschen? Scheißleiter! Warum funktionierst du? Danke. Meine Fresse. Kurz gucken. Wo gibt es den Händler? Da hinten. Also links rum und ja. Minimap. Danke. Links rum. Hi. Alles klar bei euch? Wunderbar. Hier komme ich nicht rein. Okay. Hinten rum? Vielleicht? Ja! Ja, will ich rein. Ich muss kaufen. Wozu sonst sammle ich die ganze Zeit dieses Zeug? Dann quatsch, Nils, sondern mach. Explosionspfeil. Finde ich gut. Aber ich gucke noch mal kurz. Äh. Ich würde ja auch gern den Schaden verringern. Hm. Aber so ein Explosionspfeil ist auch nicht schlecht. Ach, ne Leuchtbombe ist das. Ach, ne Leuchtbombe ist das. Okay. Als Explosionspfeil habe ich nichts dagegen. Die nehme ich gerne. Das kann ich denn eigentlich verkaufen. Die Leuchtbombe. Die Leuchtbombe. Brauche ich eigentlich eh nicht. Ich könnte auch den Mond verkaufen. Kriege ich wenigstens Geld dafür. Ach, jetzt habe ich keinen mehr. Ist ja lustig. Cool. Na gut. Auch nicht so schlimm. Das funktioniert ja trotzdem, selbst wenn es leer ist. Bei dem Rest bringt das eh nichts. Okay. Dann. Ich würde das schon gern nehmen. Ich nehme es einfach. Ja, ja. Hm. Die machen zwar gut Schaden, aber... Naja. Hm. Dann nehme ich lieber noch... Feuerpfeile. Man kann ja alles irgendwie anzünden. Meinetwegen vom restlichen Geld auch noch ein Wasserpfeil. Und noch ein paar Stümpfefeile. So, jetzt habe ich kein Geld mehr. Immer wieder gerne. Ja, ja. Ist klar. So. Jaha. Ja. Hm, 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 hm. Feuchtige Richtung. Näh. Echt jetzt? Okay, jetzt muss ich nochmal hier lang. Bisschen unnötig, aber okay. Okay. Ich bin so unnötig. Äh. Äh. Danke. So. Ja. Hm, 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 hm. So, und jetzt können wir gerne da hinrennen. Aber erstmal... ...Headset kurz ein bisschen anders hinrücken, so. Bisschen... Äh. Alter. Computer. Mach mal langsam hier. Raben. Raben darf man nicht essen. Warum nicht? Das bringt uns... Hallo Leute. Hi. Jetzt bist du alt, Britta. Ha! 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 Oh, ich dachte, das ist ein Seil, wo ich mich dranhängen kann. Ha! 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 Wie soll ich deine Leiche? Ich bin weg. Ich muss auch noch in einen anderen Stadtteil. Na, Mensch. So. Kurz mal gucken. Einfach nur da lang. Und dann ist wahrscheinlich wieder so eine Tür, wo ich einfach mich verpissen kann. Na gut. Kein Problem. Hi. Ich muss mal kurz hinlangen. Ich hoffe, das stört nicht. Ne, also. Hi. Alles klar. Tschüss. Pech, nenne ich mal. Das so. Ab jetzt gibt es keinen. Als ob ich mir noch die Mühe mache und mich durch die Stadt schleiche. Hallo. Das Bild ist schön. Aber ganz schön viele Fledermäuse. Ich muss schon sagen. Ach, ich soll Gold spenden, damit ich Fokuspunkte bekomme. Ja, das sagt ihr mir jetzt auch. Ich gucke doch nie auf die Hinweise. Da steht, man kann sprinten. Wow. Da achte ich doch nicht drauf. Mensch. Hallo. Ducken. Tja, die Führung habe ich wohl verpasst. Wenn ich Orion seinen Irrtum klar machen will, muss ich selbst einen Weg darunter finden. Würden diese Steine reden? Dann wohl in Rätseln. Wie die Königin der Bettler. Wie oft ist die Stadt schon gefallen und auferstanden. Sie hat mich nie dazu gebraucht. Ich könnte da langen. Ich könnte da langen. Was soll ich denn hin? Minimap. Dankeschön. Was ist denn da unten? Hm. Kann ich auch langen? Muss ich nicht mal ein Schloss knacken? Wie es aussieht? Auch gut. Achso. Cool. Ach nein, ich wollte gerade hart drücken, um mich zu heilen. Ach Mensch. Ich sterbe von einem Ort zum anderen. Okay. Naja. Ich hätte bestimmt auch durchrennen können, wenn ich mich richtig angestellt hätte. Jetzt kommt nochmal das. Tja, die Führung habe ich wohl verpasst. Naja. Wenn ich Orion seinen Irrtum klar machen will, muss ich selbst einen Weg darunter finden. Würden diese Steine reden? Dann wohl in Rätseln. Wie die Königin der Bettler. Wie oft ist die Stadt schon gefallen und auferstanden. Sie hat mich nie dazu gebraucht. Ich muss doch bestimmt da rein, oder? Ich denke schon. Ob ich es nochmal versuche durchzurennen? Versuche ist es wert. Ich muss mal hier so lang. Tschüss. Hey, hier ist doch jemand. Hab ich den jetzt übersehen, oder was? Irgendwie ja nicht. Egal. Hier rein kann ich nicht, oder was? Ich muss da hoch. Bestimmt. Aber ja, das Durchrennen, das ist echt praktisch, muss ich sagen. Hab ich nichts dagegen. Komme ich nicht hoch. Ich komme hier nicht hoch. Ne. Hm. Tja. Bringt mir wohl doch nichts, dass ich hier bin. Keine Ahnung. Aber erst mal das Schloss knacken. Das ist wichtig. Und das haben wir drin. Uh. Guti. So. Ich weiß aber immer noch nicht, wie ich da hochkomme. Wieso? Natürlich kann man hier nicht drauf, weil... Ach doch, es geht sogar. Krass. Okay, jetzt bin ich hier. Und dann? Ich dachte, ich muss hier hoch. Oder? Aber ich habe keinen Seilpfeil mehr. Nein. Das ist echt praktisch. Hätte ich vielleicht kaufen sollen. Aber naja. Wie komme ich jetzt da hoch? Gar nicht. Wahrscheinlich. Das nenne ich ungünstig. Und jetzt? Oder bin ich falsch? Hier muss ich wieder raus. Also muss ich erst bimmeln, bevor hier was passiert. Na gut. Dann würde ich sagen, wir machen hier eine Pause. Damit mein Computer ein bisschen abkühlen kann. Und wir sehen uns demnächst wieder. Danke fürs Zusehen und Tschüssi.